Willkommen liebe Leute, wir haben uns da heute getroffen beim Alpenschlössel in Söll. Traumhaftes Wetter haben wir da, ein wunderbares Panorama. Wir machen da heute eine kleine Vorführung von einem Produkt der Husqvarna-Familie. Heute hier vorbereitet den Husqvarna RIDA RC320 AWD-College. Das Gerät ist ideal für Grundstückseigentümer ab ca. 1000 Quadratmetern. Ein individuell einsetzbares Gerät. Mähen, mulchen, aufsammeln, kehren, Schneeschirm. Mit einem Husqvarna RIDA ist alles möglich. Amī, aufsammeln, quartals und krninowym. Verwendet ihr wenigstens? 泳 Nietzsche. Mit einem Hubert現? Antschlös. Untertitelung des ZDF, 2020